hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder stürme und heute gibt es mal wieder fifa mobile mein team hat sich noch nicht verbessert auch nicht verschlechtert ja in diesem in dieser folge wollte ich mal ein bisschen champions league hier man ja zwar kann man ja hier noch sachen machen und zwar skills spiel stars kill defensiv bollwerk machen wir mal eins ich habe schon ein zwei gemacht ja ich weiß ja warum es geht so geklärt hallo erstmal jetzt kriege ich dir wahrscheinlich nicht mehr das war mein fehler ich wollte unbedingt die münze noch holen so geklärt habe ich nein ach komm ey hol dir den ball hol dir den ball und jawohl hol dir die münze warum läufst du läufst du hin du kleiner biene da alter ja gut 4100 punkte naja ok nicht meine disziplin ok dann gehen wir mal hierhin machen die erste partie hier gegen victoria pilzen mal schauen ich hoffe dass ich mich da besser anstelle und dann werde ich mal sehen hier los geht's wo spielst du hin du sollst nach vorne ich hasse diese was denn jetzt ich hab faul gemacht ja moin ich will videobeweis wo ist der videobeweis oh und so blöd zum blöd zum ah mensch jetzt kotzt mich auch wirklich an hier fifa mobile alle fifa mobile so 11 ab jetzt ab jetzt nein jawohl abzeit wuhu verdammt komm noch ein tor oh schöner pass und abseits wup immer in dings steht auch immer im abseits ja am wochenende habe ich leider nicht gestreamt ich war am samstag arbeiten so nebenbei so nebenbei oh ne oh hab ich schon gedacht die machen das 2 1 komm ah manch ihr seid so blöd alle ja toll jetzt gibt es wahrscheinlich verlängerung oder oder ist das direkt ende verdammter mist hier ok also müssen wir nochmal versuchen oder was gar kein bock direkt nochmal hier nochmal deswegen mache ich nicht gerne fifa mobile hier als videos wenn man da einmal nicht beim ersten mal nicht gewinnt dann sagen sie alle ja du kannst ja fieber mobile na gut ich kann es im moment eh nicht so gut durch meine hände hier lauf doch ah man jawoll gelb gelb für den kleinen kriege ich den so da rein? keine ahne versuche ich mal oh haha ok ging wohl nicht ich glaube es gibt erst so ein choke video hier richtig kack video ich muss mal ragen hier wie joshstar da der kleine kennt ihr alle gamer joshstar? abseits oder? oh nein kein abseits ich habe gedacht das wäre abseits komm jetzt das muss der sieg sein hier der sieg jawoll ja 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 jawoll jawoll ah ne der macht er der macht er so ne so egal wurscht ich bräuchte irgendwie so ein choice das ist egal also so ein controller das wäre mir viel lieber ich kenne mich viel besser zurande jawoll 3-0 so auf geht's auf geht's zum sieg hier 3-0 läuft schon mal besser wie im ersten spiel hier ich habe jetzt gleich schon sieben minuten aufnahmezeit und habe noch nicht viel gebracht ah egal 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 ja da joa tore das ist nochmal 4-0 durch Untertitel Environmental jawoll gewonnen gewonnen so morgen ist ja champions league und übermorgen gibt es wieder auch ragels ne ich heute abend noch aufnehmen oder danach hier ich weiß noch nicht ich muss eigentlich gleich noch arbeiten bald 14 uhr so ihr seht ich habe über 2 2 millionen münzen ich muss hier gegen mit die pol bassa kack ist sie ja auch je schau mal was ich gegen die reißen kann ja 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 und direkt los hier die müsst ihr eigentlich direkt nass man hier nein was ist so eine scheiße hier so was hätte können das 1 0 werden alle alle ist mein ball wo schießt du hin du kleiner spaß verstehe das nicht was wo schießt du den händen es gibt so ein richtiges video hier nur aufregen hier was ist denn jetzt los meine fresse ja abseits schön nicht offregen nicht auf regen Boah, schießt du denn hin, du kleiner Wichser? Ich will da oben links in die Ecke, da schießt du nach rechts. Wie doof kann man dann sein? Pass mal auf. Da, habt ihr es gesehen? Ich hasse diese Kacke hier. Boah, yo. Ah, klasse, Alter. Mensch, gib mir... Gib mir den Ball hier. Boah, ich will da nur einen Sieg hier. Ach, verdammt. Leck. Klappt ja gar nichts in diesem Video. Boah, leck mich. Ah, klasse. Beste, lass es jetzt. Bin jetzt bei zwölf Minuten. Okay. Also, heute war nicht mein Tag hier in FIFA Mobile. Ähm, ja. Einfach nur Ragen hier. Nur am Ragen bei FIFA Mobile. Das ist ja bald das normale FIFA noch besser. Ja. Das war's dann mit diesem Video. Äh, tut mir leid, dass ich nicht mehr zeigen kann. Sonst würde ich mich nur noch mehr aufregen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen. Und...